Ich will heute Abend Ihnen mein Buch Armut in einem reichen Land präsentieren, aber da ich kein Dichter bin, werde ich nicht daraus lesen, sondern ich will eher so ein bisschen zum Hintergrund, zur Entstehungsgeschichte sagen, zur Gliederung und dann so ein bisschen frei improvisierend auch sie mit den Inhalten in etwa bekannt machen. Und ich bin durchaus dankbar, wenn Fragen kommen, ansonsten gibt es vielleicht die Diskussion Gelegenheit, dass wir da miteinander ins Gespräch kommen. Ich beschäftige mich eigentlich mit dem Thema Armut seit ungefähr 15 Jahren. Damals, 1994, wurde ich Professor für Politikwissenschaft und Sozialpolitik an der Fachhochschule in Potsdam. Und aus Bremen kommt natürlich dann in der Folgezeit auch vertraut mit den besonderen Problemen in Ostdeutschland. Und ganz besonders war ein Thema dort, wo ich Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen ausbildete, das Thema Kinderarmut. Und seitdem habe ich mich dann in vielen Projekten damit befasst, auch eine ganze Reihe von Veröffentlichungen dazu publiziert. Und in diesen 15 Jahren ist mir natürlich manches aufgefallen, von dem ich annahm, dass man vielleicht auch ein bisschen grundsätzlicher darüber reflektieren sollte. Und so trug ich mich eigentlich schon ziemlich lange mit dem Gedanken, ein Buch dazu zu machen. Der Campus Verlag, der ja hier ganz in der Nähe beheimatet ist, bot mir auch an, ein solches Buch zu schreiben. Es sollte erst eine Einführung in die Armut werden. Diesen Titel fand ich etwas merkwürdig. Aber der Campus Verlag hat so eine Reihe, die heißt Einführung. Und mir schien das so ein bisschen so, als wenn man lernen sollte, wie man arm wird, so wie es ja Ratgeberliteratur gibt. Also wie repariere ich mein Fahrrad und wie scheide ich meine Ehe und so weiter. Und so wäre natürlich auch vorstellbar, wie werde ich am besten arm. Aber ich glaube, seit 2003 hatte ich diesen Vertrag mit dem Verlag und habe das immer vor mir hergeschoben. Und der hat immer so von Zeit zu Zeit, alle zwei Jahre, hat die Lektorin mal angerufen und gesagt, wird das denn noch was? Und ich habe gesagt, oh, ich habe gerade so viel zu tun. Und naja, jedenfalls, als der Bundestagswahlkampf 2009 nahte, da hat man mich nochmal sehr gedrängt und gesagt, das wäre eigentlich ein günstiger Veröffentlichungszeitraum, was ich auch durchaus einsah. Ich habe eine kleine 20 Monate alte Tochter, die das Bücherschreiben nicht gerade erleichtert, sondern einen ziemlich in Atem hält. Trotzdem habe ich dann, das war dann manchmal eher auf die langen Nächte konzentriert, mir dann vorgenommen, jetzt zu diesem Bundestagswahlkampf, da wirst du mal all das niederschreiben, was dir so zum Thema Armut im Kopf herum geht. Und zwar jetzt nicht so sehr bezogen auf das Problem der Kinderarmut, mit dem ich mich in mehreren Büchern auch beschäftigt hatte. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, das war auch gut und richtig so, denn die Kinder sind noch zumindest die Hauptbetroffenengruppe der Armut. Aber sich mit Kinderarmut zu beschäftigen, hat Vor- und hat Nachteile. Der Vorteil besteht darin, dass viele Menschen eher bereit sind, sich diesem Problem zu öffnen, wenn es sich um, der David hat eben, Unterschieden zwischen den würdigen Armen und den unwürdigen Armen. Auf diese Art und Weise werden sie auseinander dividiert, so wie ja auch die Beschäftigten und die Arbeitslosen, die Jungen und die Alten, über das Thema demografischer Wandel und Generationengerechtigkeit auseinander dividiert werden. So ist natürlich bei den Kindern eher die Bereitschaft, da zu sagen, die haben das nicht selbst verursacht, das Problem. Sie sind unschuldig an ihrer Misere. Deswegen wendet man sich ihnen zu, vielleicht eher als Erwachsenen. Auf der anderen Seite hat das den Nachteil, dass ich werde häufig besonders von Journalistinnen zum Thema Kinderarmut interviewt. Und da habe ich dann manchmal das Gefühl, es interessiert sie, weil es sich um diese kleinen niedlichen Wesen handelt. Ich weiß, wovon ich spreche, denn meine kleine Tochter heute hat sie auch wieder zwei oder drei Wörter neu gelernt. Und nicht nur Papa tut tut, sondern Affe tut tut gesagt, wie niedlich die sind. Aber wenn man dann das Gefühl hat, dass wenn es sich nicht um diese niedlichen Wesen handelt, sondern wenn es meinetwegen um Obdachlose ginge, dann wäre vielleicht das Schicksal dieser Menschen ja nicht so interessant, dann hat das eben auch Nachteile, sich mit Kinderarmut zu beschäftigen. Ich komme von der Armut her und da sind die Armen jetzt unter anderem oder gerade die Kinder und Jugendlichen, man spricht in der Armutsforschung von einer Infantilisierung der Armut. Ich fürchte allerdings, es wird auch wieder eine Seniorisierung oder Reseniorisierung der Armut geben. Das hat einfach zu tun mit der Arbeitsmarktsituation, mit lückenhaften Erwerbsverläufen, mit einer Rentenpolitik, die eben über die Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors, eines Nachholfaktors der nachgelagerten Rentenbesteuerung, der Einführung der Rente mit 67, also der Verlängerung der Lebensarbeitszeit und der Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters, was ja auch nur eine verkappte Rentenkürzung ist. Auf vielerlei Art und Weise hat man dafür gesorgt, dass in Zukunft auch vermehrt wieder ältere Menschen arm sein werden. Deswegen wollte ich und will ich immer noch und habe ich dann auch mit diesem Buch vielleicht auch so den Sprung weg von den Kindern oder der Kinderarmut hin zu dem Problem der Armut ganz allgemein gesucht. Und ich war eigentlich überzeugt, dass dieses Veröffentlichungsdatum Bundestagswahlkampf 2009 deswegen günstig sein würde, weil ich annahm, dass das Thema soziale Gerechtigkeit und Armut im Bundestagswahlkampf eine größere Rolle spielen würde, was es allerdings nicht getan hat, muss man dazu sagen, sondern aus meiner Sicht in erschreckender Weise hat es eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Aber es wird vermutlich eine Rolle spielen im nächsten Jahr, da ist nämlich das Europäische Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung erstens und solche Anlässe schaffen immer öffentliche Aufmerksamkeit. So traurig das ist, wenn ein solches Problem, wie das der Armut solche Anlässe braucht, um öffentliche Aufmerksamkeit zu finden. Zum anderen wird aber auch, fürchte ich, die Regierungspolitik Anlass geben, um vielleicht noch mehr als unter der Großen Koalition und unter der Rot-Grünen Koalition davor, ja, diesem Problem einfach deshalb mehr Aufmerksamkeit zu geben, weil sich Armut und Reichtum übrigens im Land vermehren. Und damit natürlich die soziale Kluft sich vertieft. Und es wird die Gesellschaft wahrscheinlich jedenfalls nicht frei bleiben von den Folgewirkungen, um die es in dem Buch auch geht. Aber ich denke, andere Fragen stehen im Vordergrund. Der erste Teil, um mal so mit der Gliederung anzufangen, der erste Teil, ich würde ihn so als systematisch-analytischen Teil bezeichnen, der heißt Armut in der Bundesrepublik, Begriffsdefinition und Bestandsaufnahme. Da beschäftige ich mich mit der Frage, was Armut eigentlich ist. Das ist keine einfache Frage. Es gibt keine allgemein verbindliche Definition, sondern auch unter den Armutsforschern ist der Begriff heftig umstritten. Und deshalb habe ich in diesem ersten Kapitel mal versucht, so ein bisschen zu systematisieren, worum es sich da handelt. Es beschränkt sich aber nicht nur auf die Frage der Armut, sondern ich bin als kritischer Armutsforscher der Auffassung, wer über den Reichtum nicht reden will, der sollte auch über die Armut schweigen. Deswegen geht es auch um den Reichtum. Denn beide sind zwei Seiten einer Medaille. Ich sage es mal mit Berthold Brecht, wenn ich es den Vierzeiler, der im Buch auch vorkommt, zusammenbekomme. Armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte, bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Deswegen muss man immer Armut und Reichtum gewissermaßen zusammen betrachten. Und da sind wir gleich bei einem wesentlichen Punkt, der mich in diesem Buch beschäftigt. Im Untertitel heißt das Buch nämlich, wie das Problem verharmlost und verdrängt wird. Also deswegen ist auch die zentrale These, Armut war lange Zeit in der Bundesrepublik ein Tabuthema, ist heute manchmal sogar ein Top-Thema in den Talkshows, im Zusammenhang etwa mit Hartz IV. Aber das, was sich nicht verändert hat, ist, dass die Gesellschaft das Problem verdrängt und ich nenne es dann auch so ideologisch entsorgt. Also verharmlost, verdreht, beschönigt, relativiert. Die Beispiele und Belege dafür findet man im Buch, kann ich hier sozusagen stehen, freihändig auch nicht immer präsentieren. Aber was man doch sagen kann, ist, dass sowohl im Bereich der Wissenschaft, die ich untersuche, als auch im Bereich der Medien, als auch im Bereich der Politik, das sind die drei Sphären, die ich betrachte, eigentlich durchgängig von Gründung der Bundesrepublik bis heute festzustellen ist, dass man das Problem nicht ernst nimmt, dass man es nicht betrachtet als eines, das ein gesellschaftliches Kardinalproblem ist, wie ich es nenne, das strukturell bedingt ist, sondern man behandelt es als eins, das individuell bedingt ist. Die Armen können nicht mit Geld umgehen, sie saufen, sie trinken. Das ist eigentlich das, was man den Armen schon seit Jahrhunderten, teilweise seit Jahrtausenden vorwirft. Und wer mal sich mit der Geschichte, auch das kommt so ein bisschen in dem Buch vor, mit der Sozialgeschichte der Armut beschäftigt, der wird feststellen, dass alleine schon diese, ich nenne es mal Deutungsmuster oder diese ideologischen Denkfiguren, wenn Sie so wollen, dass die einen veranlassen sollten, das kritisch zu hinterfragen, was man so in der Öffentlichkeit über Armut denkt und hört und liest und was wir natürlich alle auch durch Sozialisation, durch Erziehungsmechanismen internalisiert haben. Also ich jedenfalls, ich bin so kleinbürgerlich, will ich mal sagen, erzogen worden, eher sehr sparsam bis geizig. Da sind all die Mechanismen, die man so verinnerlicht hat, wenn man selbstkritisch sich da fragt, warum handelt man so und nicht anders. Also wenn man den Bettler sieht, dann bin ich erzogen worden, der hat den Mercedes um die Ecke geparkt und sei man vorsichtig Junge und so weiter und so weiter. Also so gibt es wirklich ganz eingeschliffene Mechanismen, die in unserer Gesellschaft fest verankert sind und natürlich den Reichen erst mal nützen, um beim Cui Bono, also wem nützt es, von David anzufangen. Ganz klar, Wohlhabenden und Reichen nützt es, wenn mit der Armut so umgegangen wird, wie ich das in dem Buch analysiere und wie ich das in diesem ersten Kapitel zumindest von den Begrifflichkeiten her auch versuche zu klären. Denn das ist ganz klar, Armut rächt die Gesellschaft selten auf, weil sie Mechanismen hat, die Armut handhabbar machen und beschönigen, relativieren auf vielerlei Weise. Zum Beispiel, was uns dann häufig beruhigt, ist die Auffassung, die man dann natürlich in den Medien, bei den Politikern, auch in der Wissenschaft findet. Bei uns handelt es sich eigentlich gar nicht um wirkliche Armut, sondern wirkliche Armut ist, wenn Menschen in einer Lehmütte wohnen und die beim Tsunami, der Flutkatastrophe im Indischen Ozean, auch noch weggeschwemmt werden, die Hütten. Wer aber in einem Hochhaus wohnt und Hartz IV empfängt, der jammert eigentlich auf einem hohen Niveau. Das sind so die Abwehrmechanismen, die in der Gesellschaft fest verankert sind. Es äußert sich dann so, dass zum Beispiel der Altbundeskanzler Helmut Schmidt nicht müde wird, in der von ihm herausgegebenen Wochenzeitung die Zeit und auch in anderen Interviews abzuwiegeln, in dem er sagt, ein Hartz-IV-Empfänger heute, der hat mehr als ein Facharbeiter in meiner, also in seiner, Helmut Schmidts Jugend. Nun nützt das natürlich dem Jugendlichen nichts, der auf dem Schulhof mit seinen Klassenkameraden steht, wo jeder mit dem neuesten Handy, der modernsten Unterhaltungselektronik und den tollsten Markenklamotten kommt. Dem nützt es nun überhaupt nichts, seine Lage zu vergleichen mit der eines Jugendlichen vor 60 Jahren, also als Helmut Schmidt noch jung war. Das ist also sozusagen ein verrückter Mechanismus. Auf der Zeitachse, dann gibt es natürlich die Verhärmlosung auf der geografischen Achse, nämlich, das findet man allenthalben, also Armut in Mumbai oder in Mombasa ist etwas ganz anderes als Armut in Magdeburg oder München. Das ist erst mal absolut richtig. Aber damit beruhigt man sich auch und sagt, naja, die Slums in der dritten Welt, die haben wir hier nicht, also ist es bei uns doch eigentlich eine Armut, die man nicht ernst nehmen muss und wo man eigentlich auch nicht tiefer gehend jedenfalls sich mit beschäftigen oder politisch etwas verändern muss. Und ich beziehe hier die Position, dass Armut in der Fachliteratur wird sie dann meistens als relative Armut bezeichnet. Also, dass die Armut, die wir meistenteils bei uns haben, obwohl es auch absolute, extreme, existenzielle Armut gibt bei uns, wenn Obdachlose erfrieren oder wenn es Straßenkinder gibt, dann ist das genauso wie auch die Verelendung von Drogenabhängigen, dann ist das natürlich absolute Armut. Aber meistenteils handelt es sich bei uns in der Tat um relative Armut. Nur, da vertrete ich nun ganz dezidiert die Auffassung, die ist nicht harmloser oder die ist nicht zu leugnen, als Armut nicht ernst zu nehmen, sondern im Gegenteil vertrete ich die Auffassung, es ist viel bedrückender, deprimierender und beschämender, arm zu sein in einem reichen Land wie der Bundesrepublik, als arm zu sein in einem armen Land, also im Slum in Nairobi aufzuwachsen und da zu leben, wo alle um einen herum auch nicht mehr haben, das ist schlimm und ich will jetzt natürlich das Verhungern und Verdursten und Erfrieren in anderen Ländern keineswegs verharmlosen, aber in einem reichen Land sozial ausgegrenzt zu werden, ausgelacht zu werden als Kind, weil man im Winter Sandalen trägt und Sommerkleidung, das ist bitteschön manchmal möglicherweise sogar schlimmer, als hungrig ins Bett gehen zu müssen. Und deswegen finde ich das heuchlerisch, wie mit dem Problem der Armut in der Bundesrepublik, von denjenigen, die die Meinungsführer sind, von denjenigen, die an den Schalthebeln der politischen und auch der publizistischen Macht sitzen, wie von denen damit umgegangen wird. Deswegen muss man den Armutsbegriff eben in einem reichen Land, deswegen der Titel Armut in einem reichen Land, das ist eine andere Armut, als sie es in einem armen Land gibt, aber es ist gerade dadurch, dass es so unvorstellbaren Reichtum gibt, für mich jedenfalls ein besonderes, skandalöses Problem, dass ungefähr 2,8 Millionen Kinder in der Bundesrepublik auf oder unter dem Sozialhilfeniveau von 215 Euro, wenn es ein kleines Kind ist und von 251 bzw. 278 Euro, wenn es älter ist, leben müssen. Wenn man es in Bezug setzt zu dem unvorstellbaren Reichtum, die beiden reichsten Männer der Bundesrepublik, die Gebrüder Albrecht, Eigentümer der Aldi-Ketten Nord und Süd, Privatvermögen 34,1 Milliarden Euro. Und wer jetzt sagt, na gut, das ist ein Extrembeispiel, dem sei gesagt, es gibt sicherlich 100 Milliardäre in der Bundesrepublik, es gibt ungefähr eine Million Millionäre. Also das heißt, das Land ist sehr reich, aber gleichzeitig produziert es gegenwärtig immer mehr Arme. Und das wird sich in der globalen Finanz- und Weltwirtschaftskrise noch verschärfen, auch wenn bisher so getan wird, als sei die bald überwunden. Ich habe neulich, weil ich mich wohnungsmäßig darum kümmern müsste, auch mal Bücher auszusortieren, um noch in der Wohnung leben zu können, habe ich viele alte Bücher gesichtet und natürlich ab und zu dann auch mal mehr als einen Blick hineingeworfen. Und ich habe auch in ein Buch geguckt, wo es um die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre ging. Und da waren dieselben Mechanismen am Werk. 1931 stand in großen deutschen Zeitungen, wir haben alles hinter uns, die Krise ist überwunden, es geht aufwärts, wunderbar. Dann kamen 1931 große Bankzusammenbrüche und die Krise verschärfte sich und wurde erst zu der Weltwirtschaftskrise, die dann in Deutschland natürlich mit dazu beigetragen hat, dass die Nazis die Macht nicht ergreifen mussten 1933, sondern die Macht an sie übertragen wurde vom Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, der Adolf Hitler am 30. Januar 1933 ja zum Reichskanzler ernannte, ohne dass es einen Marsch auf Berlin oder eine nationale Erhebung oder Revolution oder irgend sowas gegeben hätte. Das war natürlich wesentlich mitbedingt durch die katastrophalen sozialen Zustände, die nun wiederum ausgelöst worden waren durch die sich vertiefende und verschärfende Weltwirtschaftskrise und deren Folgewirkung. Also das heißt, dieselben Mechanismen, die damals wirkten, wirken heute auch. Man verschließt die Augen, man tut so, als wenn nichts wäre, man beruhigt sich und die anderen, um das soziale Klima zu verbessern und um natürlich auch politisch, ökonomisch bestimmte Interessen durchzusetzen. Deswegen finde ich es auch absolut richtig und wichtig, immer zu fragen, wem es nützt. Denn wenn Armut auf eine ganz bestimmte Art und Weise dargestellt wird, dann ist ganz klar, dass es auch immer Profiteure gibt. Und man deswegen immer auch, früher hätte man altmodisch es Ideologiekritik genannt, das, was ich auch in dem Buch versuche zu leisten, nämlich zu analysieren, wo wird da Ideologie produziert, um mächtige Interessen zu bedienen und gleichzeitig aber auch zu verschleiern, dass solche Interessen am Werk sind. Das gilt auch für die Ursachen der Armut natürlich. Und womit ich mich da im Einleitungskapitel beschäftige, ist dieses neoliberale Projekt, das ich verantwortlich mache dafür, dass es mehr Armut auf der einen Seite und mehr Reichtum auf der anderen Seite gibt. Denn das, was da Globalisierung genannt wird, ist natürlich zum Teil auch ideologisch besetzt und dient dazu, so zu tun, als wäre diese soziale Zerklüftung der Gesellschaft so eine Art Naturgesetz oder Naturkatastrophe oder so eine Art politischer Kollateralschaden der Globalisierung, also eines naturwüchsigen Prozesses. In Wirklichkeit handelt es sich natürlich um bewusste politische Entscheidungen nach einem bestimmten Konzept, das ich als neoliberal bezeichne. Und in diesem Konzept ist mehr soziale Ungleichheit gewollt. Deswegen wird in dem Buch auch die These vertreten, von der ich weiß, dass sie provozierend wirkt, nämlich Armut ist funktional, Armut ist gewollt. Armut ist in einer kapitalistischen Hochleistungs- und Konkurrenzgesellschaft notwendig, weil sie dient dazu, denjenigen, die arm sind, zu zeigen, da landest du im Extremfall unter den Brücken, wenn du dich den Bewegungsgesetzen dieser Gesellschaft widersetzt. Wenn du nicht so funktionierst, wie das von dir erwartet wird. Und Armut zeigt natürlich denjenigen, die nicht arm sind. Insofern ist sie auch ein politisches Disziplinierungselement und eine Drohkulisse. Denjenigen, die nicht arm sind, zeigt sie, da könntest du landen, im Extremfall unter den Brücken, wenn du nicht weitermachst wie bisher. Deine Arbeit nachgehst, dich unterwirfst, meinetwegen auch zu einem Niedriglohn tätig wirst, weiterarbeitest, obwohl vielleicht der Unternehmer Kündigungen ausspricht und gleichzeitig in einer neuen Leiharbeitsfirma derselbe Arbeitsplatz für eine geringere Entlohnung weiterhin zur Verfügung gestellt wird. Da ist dann natürlich dieses Damoklesschwert der Armut der Grund, warum man so etwas möglicherweise akzeptiert, hinnimmt. Die Angst vor der Armut alleine schon, denke ich, spielt in der Gesellschaft eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Dann ist in diesem Eingangskapitel noch enthalten die Frage zum Schluss von der Alters- zur Kinderarmut und wieder zurück mit meiner These, dass es so etwas gibt wie eine Reseniorisierung der Armut, was ich dann natürlich entsprechend auch versuche, anhand bestimmter politischer Entwicklungen zu begründen. Das Hauptkapitel heißt Zerrbilder der Armut, wie man das Problem leugnet, farmlos und verdrängt. Und es beginnt eigentlich mein Versuch, das nachzuzeichnen in Wissenschaft, Medien und Politik mit der Gründung der Bundesrepublik. Nun ist ja in diesem Jahr der 60. Jahrestag der Gründung der Bundesrepublik gefeiert worden im Mai 2009, meines Erachtens fälschlicherweise, denn die Bundesrepublik ist natürlich nicht 1949 gegründet worden, sondern 1948, nämlich genauer gesagt am 20. Juni 1948 mit der Währungsreform. Und mit dieser Währungsreform einher ging eigentlich auch, dass so eine Art, ich will es mal Leistungsideologie nennen oder Leistungsmythos, dass die Menschen zu der Auffassung gelangten, alle sind gleich gestartet, nämlich mit 40 D-Mark. Und wer dann fleißig war, der hat es zu etwas gebracht. Und wer faul war oder unfähig, der ist eben arm geworden. Weil alle bekamen ja 40 D-Mark am 20. Juni 1948. Also jedenfalls diejenigen, die 40 Reichsmark hatten. Es gab ganz viele, die das nicht hatten. Die bekamen auch nicht 40 D-Mark, sondern die gingen häufig zu Leuten, die ihnen Reichsmark gaben und dann einen Teil der D-Mark für sich zusätzlich kassierten. Und vielleicht kennen manche von Ihnen Franz Josef Degenharz Lied, Wenn der Senator erzählt, weil das so schön diesen Mythos mit Alle bekamen 40 D-Mark. Am 20. Juni 1948 singt Franz Josef Degenharz über den Senator, über die 40 D-Mark. Die habe ich auf den Kopf gehauen in einer Nacht. Und dann ist der Senator hergegangen und hat ein Hüttenwerk auf das Wackelsteiner Ländchen gesetzt. Und dann ist der Senator hergegangen und hat ein zweites Hüttenwerk auf das Wackelsteiner Ländchen gesetzt. Und so geht die Geschichte weiter. Also diejenigen, die Firmen besaßen, die Unternehmen besaßen, die Produktionsmittel, Maschinen besaßen, die hatten natürlich nicht nur 40 D-Mark am 20. oder 21. Juni 1948. Als plötzlich am nächsten Montagmorgen die Geschäfte voll waren, die vorher nie voll gewesen waren, plötzlich lag alles in den Schaufenstern, weil eben viele ihre Waren gehortet hatten für diesen Tag. Der dann der Gründungsmythos der sozialen Marktwirtschaft und von Ludwig Erhard wurde, auf den sich heute alle berufen. Mit diesem schönen Slogan der sozialen Marktwirtschaft, von dem ich denke, es ist eigentlich eher so ein schönes Etikett, was man wahrscheinlich auch bezeichnen könnte als, ja, so ein Etikett für einen Kapitalismus. Also es ist im Grunde ein, ja, wie soll ich es nennen, also ein schöneres Wort, was verdecken sollte, dass es nun in dieser kapitalistischen Marktwirtschaft Zwar Wohlstand für alle versprach Ludwig Erhard, aber es gab natürlich keineswegs für alle Wohlstand. Auch im Wirtschaftswunder gab es Armut, aber die zu thematisieren, hieß gleichzeitig in dieser sogenannten Wirtschaftswunderzeit, dass man sich den Vorwurf einhandelte, geh doch nach drüben. Also das Geschäft der Kommunisten, der Bolschewisten, der DDR und der Sowjetunion zu verrichten. Deswegen war es, ich habe da die Medien analysiert, in dieser Zeit über Jahrzehnte hinweg absolut nicht üblich, sich mit Armut auch nur ansatzweise kritisch auseinanderzusetzen, sondern es wurde das Bild gepflegt, wir sind alle, das brachte der Soziologe Helmut Schelsky 1953 so schön auf den Begriff, eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft. Also dieses Bild, das die Soziologen, also die Fachkollegen von Schelsky, eher ablehnten, schon damals, dieses Bild der nivellierten Mittelstandsgesellschaft hat das Selbstbild der Bundesrepublik ganz, ganz stark beeinflusst. Und so wie die soziale Marktwirtschaft ein Kosename für den Kapitalismus ist, so ist natürlich dieser Begriff der nivellierten Mittelstandsgesellschaft auch reine Ideologie. Denn wenn man die Gesellschaft so sieht und wenn sie sich selber so sieht, dann geht man natürlich davon aus, dass es weder große Armut geben kann, noch extremen Reichtum, weil nivelliert heißt ja, relativ gleich verteilt ist der gesellschaftliche Reichtum. Und dieses Bild hat meines Erachtens verhindert, über Jahrzehnte hinweg, dass man Armut auch nur wahrnehmen konnte. Jetzt mache ich mal einen großen historischen Sprung. in das Jahr 1986, da erschien ein sehr einflussreiches Buch, von dem ich immer mir wünsche, meine Bücher hätten auch diese Auflage, nämlich von Ulrich Beck, die Risikogesellschaft. Also das war das Tschernobyl-Jahr, wo natürlich dieser Begriff der Risikogesellschaft also sehr, sehr viel Aufmerksamkeit fand. In dem Buch geht es aber nicht nur um ökologische Risiken, sondern eher am Rande auch um soziale Risiken. Und der Ulrich Beck benutzt da das Bild des Fahrstuhleffektes. Also alle, sagt er, seien gemeinsam nach oben gefahren. Und dann, in den 80er Jahren, seien alle gemeinsam nach unten gefahren. Ich habe dagegen das Bild des Paternoster-Effekts gesetzt, das sie aber in der Öffentlichkeit weniger häufig finden werden. Die einen fahren nach oben und die anderen fahren nach unten. Und manchmal ist es auch so, dass in derselben Biografie die Menschen in bestimmten Lebensphasen eher unten sind und dann sich meinetwegen auch mal ein bisschen nach oben bewegen. Oder auch wieder nach unten. Wenn ihnen denn gekündigt wird und sie langzeitarbeitslos werden oder sie dadurch bedingt in Hartz IV fallen, dann geht es sehr schnell ganz weit nach unten. Also, aber dass dieses Bild des Fahrstuhls, alle führen gemeinsam nach oben oder nach unten, so dominant ist, das zeigt eigentlich, dass man die soziale Differenzierung, also diese Zerklüftung der Gesellschaft, dass man die nicht wahrnimmt oder nicht wahrnehmen will. Also häufig habe ich den Eindruck natürlich, dass solche ideologischen Bilder ganz bewusst gesetzt werden, um zu verschleiern, was sich tatsächlich in der Gesellschaft vollzieht. Eine dieser Legenden jedenfalls war Wohlstand für alle, wie sie Ludwig Erhard in seinem Buch das so heißt, 1957 versprach. Die Bundeskanzlerin, die wir haben, verspricht jetzt gar nicht mehr Wohlstand für alle, sondern Bildung für alle, was übrigens weniger ist als Wohlstand für alle. und Bildung für alle ist auch so eine Ideologie, mit der ich mich beschäftige in dem Buch, aber das kommt erst im dritten Kapitel, wo es nämlich dann um die Sackgassen geht, aus der Armut heraus, also die Irrwege aus der Armut. Das Buch ist ja so konzipiert, dass ich mich eigentlich weniger mit der Armut selbst beschäftige, das tue ich nur im ersten Teil und dann eher, wie die Armut bespiegelt, verschleiert, ideologisch entsorgt wird und zu glauben, wenn das denn jemand tut, ernsthaft, allein über Bildung könnte man die Armut bekämpfen. Die Bildung wird mehr und mehr als so eine Art Wundermittel betrachtet, also als eine politische Wunderwaffe, auch im Kampf gegen die Armut, aber eigentlich gegen alle sozialen Übel, die es gibt. Und das ist natürlich eine Illusion. Man kann über Bildung aus prekären Lebenslagen herauskommen. Ich selber bin das beste Beispiel dafür. Also Kind, eine alleinerziehende Mutter, nicht ehelich geboren, zum Gymnasium gegangen, Abitur gemacht, studiert, sozusagen aufgestiegen, dann nach dem Studium erstmal lange Zeit arbeitslos, dann wieder höher qualifiziert, gebildet, wenn sie so wollen, promoviert, habilitiert und dann noch Professor geworden. Was sicher eher eine ganz, ganz seltene Ausnahme ist, dass das so funktioniert, aber über Bildung geht das. Nur wenn alle Kinder, Jugendlichen besser gebildet würden, was ich sehr begrüßen würde übrigens, nicht, dass ich falsch verstanden wäre, nach dem Motto, der Christoph Butterweger hat sich dagegen ausgesprochen, dass nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund, sondern auch andere besser gebildet würden. Nein, ich bin sehr dafür, nur diejenigen, die das so zur Ideologie machen, die verbauen ja gerade die Zugänge zur Bildung, indem sie zum Beispiel Bildung privatisieren, Studiengebühren einführen, die ja nun zum Glück in Hessen wieder abgeschafft wurden, aber in anderen Bundesländern eben durchaus noch bestehen. So werden ja alle gesellschaftlichen Bereiche nach neoliberalen Konzepten ökonomisiert, ökonomisiert, kommerzialisiert, privatisiert und damit wird ja der Zugang zu Bildung gerade erschwert. Aber auch wenn das nicht der Fall wäre, könnte Bildung alleine das Problem nicht lösen, denn wenn alle besser gebildet wären, würden sie womöglich auf einem höheren Bildungsniveau um die immer noch fehlenden Lehrstellen und Arbeitsplätze konkurrieren. Und das heißt, wir hätten zwar mehr Taxifahrer mit Abitur oder Hochschulabschluss, aber wir hätten nicht das Problem der Armut beseitigt. Also deswegen ist auch da so eine dieser Ideologien, mit denen ich mich da kritisch beschäftige. In diesem Hauptteil gehe ich aber jetzt so historisch durch, die verschiedenen Regierungen, auch was die gemacht haben oder nicht gemacht haben. Die Agenda 2010 von Gerhard Schröder kommt vor, mit dem ich zusammen bei den Jungsozialisten aktiv war, auch viel damals durchaus zu tun hatte. dann haben sich unsere Wege aber getrennt und ich mich dann später auch von der SPD, nachdem ich gesehen habe, was da mit dem Sozialstaat gemacht wurde und auf welche Art und Weise der um- und abgebaut wurde. Es geht in einem Kapitel hier um die Veränderung des Gerechtigkeitsbegriffs, um all das durchzusetzen, wie zum Beispiel die Harz-Gesetze, musste man auch das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen verändern. Das hat man sehr erfolgreich getan, will ich aber jetzt weniger zusagen, also vielleicht nur, dass ich das in drei Punkten unterteile. Von der Bedarfsgerechtigkeit, die konstitutiv ist für den Sozialstaat, geht man stärker zu Leistungsgerechtigkeit, was immer das sei, Leistung, und wer immer das entscheidet, was Leistung ist. Ob Manager nun tatsächlich mehr leisten als Altenpfleger und Krankenschwestern, wage ich sehr zu bezweifeln. Aber diese Leistungsideologie und diese Vorstellung von Leistungsgerechtigkeit ist heute viel dominanter, als das vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Damals ist man davon ausgegangen, dass Gerechtigkeit bedeutet, derjenige, der etwas braucht, muss entsprechend seinem Bedarf vom Sozialstaat dieses bekommen, was er benötigt. Also sei das eine Wohnung, ein Arbeitsplatz, Geld zum Leben oder was auch immer. Dann zweitens denke ich, das was ebenfalls konstitutiv ist für den Sozialstaat, nämlich, dass es Verteilungsgerechtigkeit geben muss, wird mehr und mehr ersetzt durch Teilhabe-Gerechtigkeit. Stichwort dann wieder Bildung und Zugang zum Arbeitsmarkt. Also ganz klar gehört zu einem guten Leben nicht nur, dass man genügend Geld hat, um sich das Lebensnotwendige zu kaufen, sondern es gehört natürlich auch dazu, dass man entsprechend diesem Begriff von relativer Armut eben mithalten kann in der Gesellschaft, dass man teilhaben kann oder teilnehmen. Ich finde eigentlich besser diesen Begriff der Partizipation, worauf Friedhelm Hengsbach hingewiesen hat, dass eigentlich Teilhabe ein ganz schlechter Begriff ist, der guckt nämlich von oben nach unten, also der Fürst gewährt seinen untertanen Teilhabe, wir gucken eigentlich, hoffe ich, eher von unten nach oben und da geht es dann um Beteiligung und Partizipation, aber ganz klar ist natürlich das, was da gemeint ist, nötig. Nur, wie soll das denn gehen, wenn man bei Hartz IV 0 Euro und 0 Cent zum Beispiel für Bildung vorsieht und ich brauche jetzt Nachhilfestunden für meine kleine Tochter, die ja irgendwann vielleicht auch mal älter wird, ich kann sie mir leisten, aber eine Hartz-IV-Empfängerin, wie soll sie denn, es kann ja nicht schaden, wenn sie etwas Kleingeld dabei hat, um diese Nachhilfestunden zu bezahlen oder wie soll sie denn mit dem Kind oder den Kindern ins Theater oder ins Kino gehen, also mit dem Hartz-IV-Regelsatz kommt sie vielleicht noch ins Foyer des Theaters, mehr aber auch nicht, also das heißt, Teilhabegerechtigkeit gründet sich auf einem Mindestmaß an Verteilungsgerechtigkeit und nicht umgekehrt, es wird aber heute so getan, als wäre die Teilhabegerechtigkeit das Entscheidende und ich finde das nahezu paradox, genauso paradox ist ja übrigens auch, wenn dieser Tage nun ein Kriegsherr, der mehr Soldaten nach Afghanistan schickt, den Friedensnobelpreis bekommt, genauso paradox ist aber auch, dass zu einer Zeit, wo erstens das Geld so wichtig ist wie noch nie in allen Lebensbereichen, um mithalten zu können und wo zweitens das Geld so ungleich und ungerecht verteilt ist wie noch nie, 2,8 Millionen Kinder auf oder unter dem Sozialhilfeniveau auf der einen Seite 34,1 Milliarden Euro Privatvermögen bei zwei reichen Männern auf der anderen Seite, wo also das Geld so ungleich verteilt ist wie noch nie, da so zu tun, als wäre Geld gar nicht mehr das Entscheidende, sondern Teilhabegerechtigkeit und das Dritte, was sehr stark verbreitet wird, ist, dass statt sozialer Gerechtigkeit eigentlich Generationengerechtigkeit heute das Entscheidende sei und auf den ersten Blick ist das ja auch plausibel, also die von mir schon jetzt mehrfach genannten Gebrüder Albrecht, Eigentümer der Alicap Nord und Süd sind 86 oder 87 Jahre alt und die Kinder sind jung, also sieht es ja so aus, als wären die Alten reich und die jungen A. Das ist aber natürlich nur scheinbar eine Frage von Generationengerechtigkeit, weil die soziale Scheidelinie im Land verläuft nach wie vor, ja ich würde sagen mehr denn je, zwischen arm und reich und nicht zwischen jung und alt, weil es auch noch nie so viele reiche Kinder gab wie heute. Sehr reiche, wohlhabende Eltern verschenken kurz nach der Geburt ihrer Kinder aus steuerrechtlichen Gründen einen Teil ihres Vermögens an diese Kinder. Und umgekehrt gibt es nicht nur Milliardäre unter den Alten, sondern es gibt auch vor allen Dingen viele, Hunderttausende von alten Frauen, Rentnerinnen und Rentner, die mit, vor allen Dingen Rentnerinnen, die mit Minirenten auskommen müssen. Und daran hat die soziale Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zwar sicherlich manches verändert und verbessert, aber eben nicht alles. Und deswegen glaube ich, dass das auch diese Veränderung der Gerechtigkeitsbegriffe dazu beiträgt, um diese Politik zu legitimieren und durchzusetzen und letztlich auch um Armut zu rechtfertigen. Dann behandle ich die Missbrauchsdebatten in den Medien. Dieses Kapitel heißt Missbrauchsdebatten auf Stammtischniveau, Stimmungsmache gegen Arme und gegen den Sozialstaat. Da wird in einem Sommer 2003 von der Bild-Zeitung 19 Mal über den Florida-Rolf berichtet. Also der Name alleine schon führt dazu. Es gibt auch die Mallorca-Karin und andere. Diese Namen tragen dazu bei, dass man das Gefühl hat, man kennt die. Das sind so Menschen wie du und ich. Und dieser Eindruck soll auch erweckt werden. Und das wird gewissermaßen dann verallgemeinert und so getan, als wären die Armen alle welche, die eigentlich das Geld gar nicht brauchten. Übrigens hat Johannes Rau in seiner letzten Rede als Bundespräsident völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass dieser sogenannte Florida-Rolf, also ein Sozialhilfeempfänger, der in Miami, Florida lebte, völlig zu Recht die Sozialhilfe aus Deutschland erhalten hat und keineswegs ein irgendwie gearteter Missbraucher des Sozialstaates oder Sozialschmarotzer war. Dann beschäftige ich mich mit der Debatte über die neue Unterschicht und das abgehängte Prekariat. Ich lasse Revue passieren diese Medienberichte über den Absturz der Mittelschicht. Die Armutsforschung ist eher mittelschichtorientiert und nimmt absolute Armut selten wahr. Das fällt auch manchmal Lehrerinnen und Lehrern, sogar Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen schwer, heute die Armut zu erkennen, weil sie selber vielleicht aus Stadtvierteln kommen, die eben nicht sogenannte soziale Brennpunkte oder beschönigend werden sie ja Stadtteile mit besonderem Erneuerungs- oder Entwicklungsbedarf genannt kommen und weil sie daher kommen, fällt es ihnen so schwer, die Armut auch nur zu erkennen. Es ist ein Unterkapitel zur Finanzmarktkrise und der Armutsentwicklung. Da stelle ich die Frage, droht ein autoritäres Sicherheitsregime? Zu befürchten ist, dass wenn sich die Verteilungskämpfe verschärfen, wenn die Kämmerer die Sozialpolitik in den Städten machen, weil die Städte und Gemeinden finanziell immer stärker ausgeblutet werden, dann verschärfen sich die Verteilungskämpfe und es wächst natürlich die Verlockung durch ein rigideres Armutsregime mit vielleicht auch Sicherheitspolitik oder Ordnungspolitik, die Armen stärker unter Druck zu setzen. In den USA kann man das schon beobachten, da werden die Armen sehr häufig in die Gefängnisse gesteckt, was natürlich besonders lukrativ ist, wenn sie privat wirtschaftlich organisiert sind und man damit Gewinne machen kann, aber auch bei uns gibt es ja durchaus, ich glaube auch in Hessen schon zumindest teilprivatisierte Haftanstalten, also diese eher düstere Zukunftsperspektive reiße ich zumindest an. Dann ist ein Kapitel der Politik der Großen Koalition gewidmet. Da will ich jetzt tagespolitisch aktuell zumindest noch mal darauf hinweisen, dass morgen das Wachstumsbeschleunigungsgesetz im Bundestag verabschiedet wird. Für das gilt dasselbe, was ich zur Großen Koalition sage, nämlich Regierungspolitik nach dem Matthäusprinzip heißt dieses Kapitel. Matthäusprinzip, wenn sie das Evangelium des Matthäus nachschlagen, dann werden sie finden, dass dort die Rede davon ist, dass demjenigen, der schon viel hat, wird noch mehr gegeben und derjenige, der wenig hat, dem wird das weniger auch noch genommen. Und da ist eigentlich das Wachstumsbeschleunigungsgesetz ein ganz gutes Beispiel, denn da soll ja angeblich die Kinderarmut bekämpft werden. Was macht man? Man erhöht den steuerlichen Kindergrundfreibetrag von 6.024 Euro auf 7.008 Euro. Das bedeutet für einen Chefarzt mit mehreren Kindern, dass er kaum noch Steuern zahlt demnächst. Zumindest profitiert er davon in der Form, dass er pro Kind 443 Euro im Jahr spart. Der Normalfamilie werden im Jahr 240 Euro gegeben durch die Erhöhung des Kindergeldes um 20 Euro pro Monat, aber die alleinerziehende Mutter, die jetzt eher steht für die armen Kinder, die geht völlig leer aus. Und zwar deswegen, weil sie Einkommenssteuer nicht bezahlt, bekommt sie den steuerlichen Kindergrundfreibetrag nicht, aber auch die Erhöhung des Kindergeldes bekommt sie nicht, weil die nämlich angerechnet wird auf ihre Transferleistung. Das heißt, es wird etwas getan für die reichen Kinder, aber nichts für die armen Kinder. Dasselbe jetzt auch wieder das Wachstumsbeschleunigungsgesetz hat auch einen Teil zur Erbstaffsteuerreform, die schon am 1. Januar 2009 reformiert worden ist von der Großen Koalition. Da gibt es Steuergeschenke in Milliardenhöhe in der Form, dass die Kinder der Burdas, der Oetgers, die Kinder der Quants oder der Klappens, dass die ganze Konzerne erben können, ohne noch einen Euro Erbschaftsteuer zahlen zu müssen, nämlich dann, wenn sie das Unternehmen ein paar Jahre nur noch fortführen, sie können sogar jetzt nach der Änderung durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, können sie sogar größere Entlassungen vornehmen und trotzdem bekommen sie diese Steuergeschenke dadurch, durch, dass sie keine Erbschaftsteuer mehr zahlen müssen, keine betriebliche und ich finde, dass einen gehörigen Skandal, der viel zu wenig öffentlich gemacht wird, weil alle etablierten Parteien diese Politik sozusagen mit der Begründung, der Handwerksmeister soll seinen Betrieb vererben können, wenn das wirklich die Intention wäre, dann könnte man ja Grenzen einziehen und sagen, meinetwegen, wenn der Betrieb mehr als eine Million wert ist oder Gerhard Schröder wollte eine Grenze von 100 Millionen Euro einziehen, wo ich finde, das ist kein Mittelständler mehr, aber wie auch immer, es ist nun überhaupt keine Grenze eingezogen, das heißt, milliardenschwere Konzerne können auf diese Art und Weise vererbt werden und ja, den Armen wird auch noch das Wenige genommen, das hat die Große Koalition am 1. Januar 2007 mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer sehr stark vorangetrieben, die besonders Arme, besonders auch Geringverdiener mit mehreren Kindern trifft, es gibt auch andere Beispiele dafür, dass Elterngeld so wie es konstruiert ist, auf dem Rücken der eher schlechter Gestellten, nämlich der Studentin, Sozialhilfe Empfängerinnen und der Hartz-IV Bezieherinnen die Kinder bekommen, erhöhte man das oder führte ein Elterngeld ein, das 67 Prozent des letzten Nettoeinkommens für die besserverdienenden vorsah, bei 1800 Euro im Monat gedeckelt, also ganz eindeutig auch an sich bin ich durchaus für ein Elterngeld, aber so wie es konstruiert wurde von der Großen Koalition und von der damaligen Bundesfamilien Ministerin Ursula von der Leyen, die immer die Kinderarmut für das drängendste Problem erklärt, aber absolut nichts dagegen tut, sondern dafür sorgt, wahrscheinlich jetzt auch in ihrer neuen Funktion als Arbeits- und Sozialministerin, dass die Armen eher weniger haben und die Besserverdienenden und die Vermögenden womöglich noch besser gestellt werden und subventioniert werden, die hat dieses Elterngeld so konstruiert, dass es diesen Matthäus-Effekt einer weiteren Spaltung in sich trägt. So, der letzte Teil, den will ich jetzt nur noch ganz kurz vorstellen, also da geht es um die, zunächst um die Irrwege der Armutsbekämpfung und dann auch um Vorschläge natürlich, die ich mache. Ich behandle da diese Ideologie, dass Bildung für alle statt einer Umverteilung des Reichtums das Armutsproblem lösen würde. Ich beschäftige mich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, das ich sehr kritisch sehe, weil es den Sozialstaat zerstören würde, auch wenn viele Menschen Hoffnung da reinsetzen, glaube ich, dass das keine Lösung ist und auch missbraucht würde übrigens von denjenigen, die den Sozialstaat dann aus neoliberaler Motivation völlig möglichst demolieren oder zertrümmern wollen. Ich hoffe, jetzt habe ich kein Fass aufgemacht. Das ist alles richtig, was ich sage. Also mein Ansatz ist der einer solidarischen Bürgerversicherung, in die alle einzahlen, alle Einkommen einbezogen werden, keine Beitragsbemessungsgrenzen oder Versicherungspflichtgrenzen dazu führen, dass die Solidarität gerade da endet, wo sie eigentlich erst anfängt, Spaß zu machen. Nämlich dann, wenn man über einer Einkommensgrenze liegt, von 5400 Euro im Westen und 4500 Euro im Osten, bei der Beitragsbemessungsgrenze, da hört ja bei uns die Solidarität im Grunde auf. Das müsste verändert werden, um den Sozialstaat besser zu finanzieren, auf ein breiteres Fundament zu stellen und dann hätte man auch die Mittel, vielleicht auch durch Wiedererhebung der Vermögensteuer, die zwar nicht mehr erhoben wird, seit der Kohl-Regierung 1997, die aber noch im Grundgesetz steht und eigentlich nur wieder erhoben werden müsste. Mit solchen Maßnahmen würde das Geld da sein, um Maßnahmen zu finanzieren, die eigentlich ansetzen müssen in ganz unterschiedlichen Bereichen, in der Familienpolitik, in der Bildungspolitik, Veränderung dieses gegliederten Schulsystems in Richtung einer Gemeinschaftsschule, das sind alles so Vorschläge, die ich da mache, im Bereich der Sozialpolitik, der sozialen Arbeit, der Stadtentwicklung, das kostet zum Teil viel Geld. Das wären für mich dann Schritte zur Verringerung und zur Verhinderung der Armut und damit endet das Buch und erstmal auch meinen Vortrag. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.